Tief im Dschungel von Kambodscha macht Captain Jack Point eine schockierende Entdeckung. Das Skelett, das wir gestern gefunden haben, ist ein Amerikaner. Man hat Gewebeproben von Leichen gefunden vom Camp Blue. Dann begrab sie, das ist dein Job. Der Versuch, das Geheimnis von Camp Blue zu lösen, wird zum Albtraum. Captain Point, Sie sind da auf ein sehr sensibles Kapitel unserer Geschichte gestoßen. Ein hässliches Kapitel. Was ist denn los? Was haben Sie meinem Land zu bieten? Wenn Sie diese Aufzeichnungen lesen, werden Sie verstehen, wieso. Ich kann Sie da reinbringen, aber ich fürchte, Sie kommen nicht lebend wieder raus. Er muss verschwinden. Hast du verstanden? Jede Fußspur, jeden Fingerabdruck, den er irgendwo lässt, jagt ihn und erlegt ihn. Los! Fett, Fett! Ah! Der Chaosfaktor. Zu viel zu wissen, kann verdammt gefährlich sein.